Sie müssen ihren Kindern vertrauen, dass die schon wenig kompetent sind und da, wo es schwierig ist, zu ihnen kommen. Und die Kinder müssen ihren Erziehungsberechtigten vertrauen, dass da nicht gleich das Ding weggenommen wird, weil dann ist die Hürden jetzt so. Das ist also auch ziemlich schwierig. Und ja, aber Sie können nicht heute sagen, ich gebe meinem Kind erst am 14. Handy, wenn die schon in der Grundschule mit iPads unterrichtet werden. Sie können die nicht auch... Das ist ja genau so, da sind sie früher verboten, dass sie schon schreiben werden. Also 13.30 Uhr, da ging das noch. Aber heute müssen sie das schon gestatten, und dass diese Kulturtechniken, die auch generativ nicht anfällig sind, von den Menschen erworben werden. Schwierig. Aber gleich kann ich...